Was geht ab, man? Und heute haben wir Breaking News zu Brody und Gogeta, Freunde. Bevor wir uns die ganzen News ansehen, wir haben nämlich die Details und den Charakteren. Ein dickes Sorry an euch, ich hab euch nämlich eigentlich versprochen, dass heute noch ein Summon-Video rauskommen wird vom Hit. Das verschiebt sich aber auf morgen, Freunde, denn die Breaking News kam rein, das wusste ich auch nicht, da kann ich auch nicht vorhersehen. Und ich will nicht drei Videos, mehr als drei Videos pro Tag raushauen, sag ich mal. Wirklich dicke Story, Freunde, aber das Summon-Video wird sich auf morgen verschieben, ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Dann gucken wir uns aber mal dementsprechend die ganzen Sachen an, die Breaking News. Shoutout hier natürlich, Big Shoutout, Freunde, an Team Dokner, er ist wirklich eine vertrauenswürdige Quelle. Er hat das Ganze nämlich geleakt zu Weihnachten, er sagt quasi, ja, schöne Weihnachten sozusagen, hier habt ihr News zu Brody und Gogeta. Aber es gab kein Data-Download im Spiel für JP, heißt, er hat das wahrscheinlich aus dem Test-Server oder aus den JP-Servern. Jedenfalls hat er aber auch selbst gesagt, dass sich das ein oder andere vielleicht noch an den Charakteren ändern könnte. Änderungen vorbehalten an der Stelle, also schätze ich halt, dass es wirklich von den Test-Servern sind. Die Tage sollte das aber als Data-Download kommen für die japanische Version und er hat auch gesagt, Ende Dezember sollte das für JP erscheinen. Brody und Gogeta, das ist ja aus den Falljump-Scans, könnte vielleicht dieser Freitag sein, wenn nicht, ist halt wirklich der 31. zuerst. Und circa einen Monat drauf sollte das auf Global kommen. Lange Rede kurz sind, Freunde, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, da habt ihr dann auch die Übersetzungen, die, das sind die Englischen Übersetzungen, sag ich mal, die wurden von einem User aus Reddit übersetzt. Ich gehe aber mal an die Französischen ran, denn das ist nicht so schwer zu verstehen. Natürlich habe ich mir auch das angesehen, weil ich will das mal so 1 zu 1 aus dem wiedergeben, was er da geleakt hat. Und genau, dann gucken wir uns mal das Ganze hier an der Stelle an. Wir haben hier, wie gesagt, Freunde, Super Saijin, machen wir das Ganze mal so, AGL-Gogeta. Und zwar steht hier erstmal dran, Leader-Skill, das ist die SSR-Version, okay? Wir gucken uns am besten einfach direkt die TOR-Version an, die TOR-Version, die Details zu der TOR-Version sind in der Mitte und rechts davon die Transformator-Version. Aber wir fangen jetzt erstmal also mit der TOR-Version vom Super AGL-Super Saijin-Gogeta an. Er heißt Super Saijin-Gogeta, heißt, man kann hier mit jedem anderen Super-Gogeta spielen. Sein Leader-Skill ist folgendermaßen, Freunde, für Super Saijin-Gogeta. Key Plus 3 und Angriff 170%, HP und Verteidigung 150% für die Kategorie der Movie Heroes. Oder Key Plus 3 und Angriff 170% und HP und Death 130% für die Fusion-Kategorie. Also die Kategorie dieser Leader-Skill ist erstmal zum einen übertrieben gut. Es gibt sehr viele gute Movie Heroes-Charaktere und Fusion-Charaktere, die kannst du da reinpacken. Elagorita zum Beispiel, Elagorita ist in den Movie Heroes, heißt, er bekommt einen besseren Boost. Und zum Beispiel die anderen Fusion-Charaktere, die nicht in Movie Heroes sind, sagen wir mal Vierfacher-Gogeta, der bekommt einen anderen Boost. Und dieser andere Boost, der ist halt übertrieben gut auch. Die bekommen nämlich 170 auf den Angriff, Freunde. Das ist insane. Passive von der T-Ur-Version ist folgende, er hat auf den Angriff und auf die Verteidigung 100% und macht sehr effektiven Schaden gegen jeden Gegner. Zudem hatte eine Medium-Chance, Moyen, ja das sollte Chance Moyen, sorry Aussprache Französisch, hat sich lange nicht mehr, jedenfalls sollte das Medium-Chance sein, gegnische Angriffe zu dodgen. Medium-Chance, Freunde, auf einen Super-Gator, dass er Angriffe dodgt, ist RIP. Also wirklich, Bayern Respekt, das ist sehr gut. Jedenfalls, wenn die Bedingungen stimmen, wir wissen noch nicht, welche Bedingungen genau, wie sie genau aussehen, dann transformieren sich. Aber, ja, in Klammern steht dran, ab Anbeginn der fünften Runde nach Kampf, also nach Kampfbeginn, sag ich mal. Ab Anbeginn des Kampfes nach fünf Runden, um es besser zu sagen, wie der Free-to-Play-AGL-Piccolo. Da steht in den Klammern dran, könnte vielleicht noch sein, dass es dann Zusatzbedingungen gibt, zum Beispiel, dass die HP so und so sein müssen. Wenn nicht, wenn es nur bei den fünf Runden sind, dann ist das gut, weil fünf Runden, das ist zwar eine Runde weniger sechs, aber fünf Runden, die vergehen müssen, das ist schnell, Freunde. Also das wird sich oft aktivieren, das ist nämlich wie der Free-to-Play-AGL-Piccolo und das ist gut. Die Ulti-Super-Tech macht immense Damage und verringert Angriff des Gegners. Und zwar, Links-Skill haben wir Sane-Bory-Race, Angriff plus 700, finde ich ein bisschen schade. Sane-Bory-Race ist so ein bisschen GG, also, okay. Fused-Fighters, Key plus 2, Super-Sane, Attack plus 10%, Prepared for Battle, Key plus 2. Over-and-a-Flash, Over-and-a-Flash, Key plus 3, das ist gut. Ja, was heißt Over-and-a-Flash, also, viele Super-Gate haben Over-and-a-Flash, das ist jetzt nichts Atemberaubendes, aber Over-and-a-Flash, ich weiß gar nicht, warum ich so hoch geredet habe. Over-and-a-Flash, Key plus 3, das wird es sein, Golden Warrior und Fused-Battle, Attack plus 15%. In den Kategorien ist er vertreten, Movie-Heroes, Fusion, Ream of Gods und Enhanced Transformation, genau. Das ist, wie gesagt, die Theo-Version gewesen. Dann, nach der Transformation wird er zu Super-Sane-God, Super-Sane-Gogeta, Gogeta-Blue kurz gesagt. Und Leader-Skill bleibt gleich. Was sich ändert von der Passive ist folgendes, er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 130%. 130%, das ist insane, denn es geht noch weiter. Hier steht nämlich dran, er hat eine garantierte Crit-Chance auf seine Angriffe. Das ist so eine Sache, die könnte ich mir vorstellen, Freunde, dass sich das noch ändern könnte. Weil wenn er auf jeden Angriff eine garantierte Crit-Chance hat, dann ist RIP. Dann ist das wirklich, das ist RIP, Freunde, ihr müsst euch vorstellen, Crit auf jeden Angriff. Das ist so eine Sache, die könnte sich ändern, da könnte eine Bedingung sein. Könnte nicht vielleicht einmalig sein, so wie Gokublu oder irgendwas anderes. Jedenfalls hat er, so steht das erste Mal dran, deswegen Änderungen vorarbeiten, Freunde, mit Vorsicht genießen. Garantierte Crit-Chance auf den Angriff. Und natürlich, wenn ich das Ganze lese, könnt ihr mich gerne wissen lassen, was ihr von den Karten haltet, Freunde, sorry. Genau, da können wir auf jeden Fall gerne diskutieren in den Kommentaren. Aber er hat eine Great Chance, gegnische Angriffe zu dodgen. Und das ist brutal, Freunde. Wir haben hier einen Kogeta. Er hat einen Attack-On-Def, 130%, Crit-Chance hat er und Great Chance, Angriffe zu dodgen. Er ist defensiv insane, offensiv sehr krank, 130% Offensiv, Attack-On-Def, um es kurz zu sagen. Hat aber dann für die Offensive eine Crit-Chance und für die Defensive eine Dodge-Chance. Also bei allem Respekt und die Dodge-Chance ist Great Chance, das ist wirklich gut. Er macht weiterhin immense Damage, aber verringert Angriff und Verteidigung des Gegners für drei Runden. Link-Skills, Saiyan Warrior Race, Fuse Fighter, Super Saiyan, Prepare for Welt over the Flash, Soldat Divin ist Warrior Gods und Fierce Battle. Und Katerie bleibt gleich. So viel zu Gugeta, Freunde. Könnt mich gerne wissen lassen, was ihr von ihm haltet, wie gesagt. Kommen wir zu Broly. Bei Broly ist jetzt folgendes, Freunde. Das ist jetzt so eine Sache, das könnte ein Fehler sein. Weil er hat im Namen Broly. Das heißt, man nimmt an, dass er eigentlich Base-On-Broly ist. Aber aus den Fall-Jump-Scans wissen wir eigentlich, dass die SSR-Version, das Artwork der SSR-Version, auch von Super Saiyan ist. Und links gesagt, der Super Saiyan. Also ich schätze, der sollte eigentlich Super Saiyan Broly sein, wie er droppt als SSR. Hat mir nämlich aus dem Fall-Jump nichts. Jedenfalls, das war die SSR-Version. Die TU-Version ist folgendermaßen. Wir wissen ja, er ist von Extreme Physis Type. Leader-Skills folgendes. Key Plus 3, Angriff 170%, HP und Def 150% für Movie-Boss-Charaktere. Oder Key Plus 3, Attack plus 170%, HP und Def plus 130% für die Full-Power-Kategorie. Und da ist einfach LRGF-Zentrum zum Beispiel. Und LRGF kann man auf jeden Fall in der Kategorie spielen. Weil LRGF hat Shocking Speed. Und ich sage es jetzt schon mal, Broly hat auch Shocking Speed. Das ist insane. Jedenfalls, Passive von der TU-Version ist folgendes. Er bekommt Key Plus 6 auf den Angriff 130%, auf die Verteidigung 100%. Wenn die Bedingungen stimmen, transformiert es sich. Hier steht dran, nach 4 Runden April Debut du Combat. Also nach Kampfbeginn, nach 4 Runden. Könnte wie gesagt sein, dass da noch eine Zusatzbedingung kommt. Wenn nicht, 4 Runden. Wenn die 4 Runden vergehen, ist es easy. Aber ich glaube da. Ich glaube es sind nicht nur 4 Runden, sondern ich denke schon, da kommt noch eine Bedingung rein. Aber außerhalb so, wenn die Passive durchkommt. Key Plus 6, insane, selbstständig Key Plus 6. 130% auf den Angriff und 100% auf die Verteidigung. Also Hut ab. Jedenfalls, mit der Ulti macht der, hier steht dran, Inflict Damage, also inflictet der Gigantec, wenn ich das so sagen darf. Atelier Enemy. Er macht jedenfalls Schaden gegen jeden, aber dieses Gigantec, das weiß ich nicht, ob das durchkommt. Weil ich habe nachgeschaut auf Dokkan Battle France oder jetzt, ja, was zum Beispiel bei LR Broly steht dran, auf der ersten Supertech, auch Gigantec, auch französisch. Und das ist Colossal Damage. Es ist schwer zu glauben, dass eine TOR-Version Colossal Damage gegen jeden macht. Ja, wenn die LR das macht. Also ich denke eher, das wird immens oder supreme. Supreme wäre zu low, ich denke eher, das sollte immens sein. Jedenfalls macht er mit der ersten Supertech aber Schaden gegen jeden und verringert Angriff für eine Runde. Links gesehen, Sane Warrior Race, Super Sane, Berserk. Genie ist Prodigies. Richtig geil, weil Vegeta hat auch Prodigies und Vegeta ist auch eine Full-Power-Kategorie. Warum halte ich das so auf? Nicht, weil es Vegeta ist, weil Vegeta fehlt einfach einen Partner, der auch Prodigies hat und ein guter Charakter ist. Das hat er bis jetzt nie gehabt. Der einzige Sane außerhalb von Vegeta, der Prodigies hat, ist Kalif, das Schenk, aber die spielt man kaum zusammen. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Die kann man zusammen spielen zum Beispiel. Super Sane Prodigies haben die an der Stelle und so und so fort. Jedenfalls hat er noch Schocken Speed. Key plus 2, Prepare for Will, Key plus 2 und Fears Battle, 15% auf Angriff. Kategorie Movie Boss, Pure Saints, Full Power und Enhanced Transformation. Transformiert ist er dann Super Sane Broly. Ich denke in Klammer sollte da Full-Power hinzukommen. Wenn nicht, auch nicht schlimm, dann ist er transformiert. Jedenfalls aber transformiert sollte der Full-Power Broly sein, logischerweise. Leader Skillberg gleich Passive, Key plus 8, Attack plus 188% und Verteidigung plus 120%. Das ist jetzt auch so eine Sache. Wenn das durchkommt, was? 188% auf den Angriff, Key plus 8 selbstständig, das ist noch nicht alles. Er macht zusätzlich garantiert eine Additional Attack, die eine Great Chance hat, eine Super Attack zu sein. Also das kann ich mir vorstellen, das ist so Broly-typisch, aber diese Key plus 8 und Attack plus 180%, das ist halt krank. Das ist brutal, das ist halt... Wenn er sich selbstständig Key plus 8 geht, dann ist das insane. Was aber auch vielleicht... Guck mal, der physisch Broly, wenn mich alles täuscht, der physisch Broly ist bei dem mehr oder weniger so, wenn er Key plus 8 hat, dann bekommt er das und das. Vielleicht könnte das auch heißen, dass er erst, wenn er Key plus 8 hat und höher, dass er diesen Boost bekommt. Oder Key plus 6 und höher, dass er diesen Boost bekommt. Und nicht, dass er selbstständig Key plus 8 oder 6 bekommt. Das hat die Sache mit den Leaks, ne? Änderungen auf jeden Fall vorbereiten, die an der Stelle, Freunde. Mit Vorsicht genießen. Aber soviel zu der Passive. Spezialangriff macht Immense Damage und fängert die Verteidigungsgegner stark. Saint-Warrior-Race, Super Saiyan, Berserk, Prodigy, Shocking Speed, Prepare for Battle, Fierce Battle, Movie Bosses, Pure Saints, Full Power, Endurance Transformation, wie gesagt, Freunde. Ja, zusammenfassend wären das die Informationen zu den Charakterien, Freunde, aber auch, wie gesagt, Änderungen auf jeden Fall vorbereiten. Ich warte da die Tage auf einen Data Download, damit wir genau wissen, okay, das und das haben die drauf. Und dann sprechen wir uns auf jeden Fall nochmal. Man, jedoch hat es so von den Leaks her, sag ich mal, den Anschein, dass Broly ein bisschen besser ist, sag ich mal, als Gogeta. Mögen vielleicht viele den Anschein haben, jedoch würde ich auch hier sagen, unterschätzt nicht Gogeta, weil der hat eine Great Erased Attack für drei Runden. Heißt, der hat ein Double Stack und Great Erased Attack und Lev sollten 50% sein, so mit Träum. Das hat immer die Sache mit Theorie und Praxis. Ja, in der Praxis werden wir auf jeden Fall schauen, wenn die gerade hier drin sind, wenn wir genau wissen, okay, das und das sind die Multiplayer. So und so funktioniert das Ganze, deswegen würde ich euch jetzt auf jeden Fall vorher sagen, also urteilt nicht voreilig, weil wir wissen ja auch nicht, ob das Ganze durchkommt. Kann auch sein, dass dieser Passive Time mit Broly, wie gesagt, erst triggert, wenn Key plus Key 8 oder höher sind oder sowas in der Art. Jedenfalls, Freunde, wie gesagt, wenn die Data Downloads einkommen oder wenn Data Downloads kommen, wie gesagt, dann sprechen wir uns auf jeden Fall nochmal. Und bevor ich mich wie immer am Ende allzu sehr verplappere, hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Macht's gut, Freunde. Peace.